Wir haben für jeden Schuh den passenden Sport. Der Hochschulsport bringt Abwechslung in deinen Alltag und bewegt Studierende aller Semester, genauso wie Mitarbeitende, Alumni und Externe. Du wolltest schon immer eine Sportart ausprobieren? Klassischer Ballsport oder Fitness? Oder lieber einen Trendsport wie Parcours? Wir bewegen dich in 80 verschiedenen Sportarten. Bei uns findest du garantiert den richtigen Sport. Du buchst deinen Kurs über ein Semester, zum Studententarif. Wir begegnen uns Indoor, Outdoor und Online in 50 Sportstätten in ganz Berlin. Starte mit Yoga direkt in den Tag. Gehe als Gruppe zum Kampfsport oder abends als Paar zum Tanzen oder wähle einen Individualsport. In unserem Fitnessstudio CampusFit kannst du zudem montags bis freitags trainieren sowie verschiedene Leistungstests machen. Der Hochschulsport organisiert zudem jährlich Veranstaltungen und Exkursionen für die ganze Familie. Wir sind für dich im Sommer und im Winter da. Während des Semesters und in den Semesterferien. Wir begeistern mit einem abwechslungsreichen Sportprogramm. Vom Anfänger bis zum Profi, vom Teilnehmer bis zum Kursleiter. Für dich als Erstsemester bieten wir dieses Jahr eine Rallye an, bei der du in zwei Touren die Humboldt-Uni und Berlin besser kennenlernen kannst. Alle Infos zu der Rallye findest du auf unserer Webseite. Dort kannst du dich außerdem zu deinem Wunschkurs anmelden und findest alle wichtigen Informationen rund um den Hochschulsport. Mit unserem Instagram und Facebook-Account bleibst du zudem immer up to date. Wir sehen uns in Sportkleidung und vergiss die passenden Schuhe nicht.